Es ist Zeit, höchste Zeit, dass mal wieder ein Musikspiel in Schwarzberg. Es ist lange her gewesen, dass hier auf der Bühne vollzümliche Klänge geklungen haben und ich denke, euch hat es auch gefehlt. Und wie immer sind wir, oder bin ich, einer der Ersten, der wieder mit solchen Veranstaltungen beginnt. Denn ich habe diese drei Musikanten, die jetzt dann gleich auf die Bühne kommen, schon vor zwei Jahren versprochen, wenn in Schwarzberg wieder ein Fest stattfinden wird, dann seid ihr eingeladen. Wir haben die drei in Slowenien bei einer Tour von Schwarzberg und Tour kennengelernt. Sie haben für uns im Hotel gespielt und die Leute waren wirklich alle begeistert. Sie sind junge Musiker aus der Steiermark, die Musik aus Leidenschaft machen, denen die Musik in die Wiege gelegt wurde und die einfach gut sind. Sie werden noch ein bisschen was erzählen. Die Klara, die jetzt noch rechts auf der Bühne spielt, ist fünffache österreichische Staatsmeisterin auf der steirischen. Sie ist Vize-Juniorenweltmeisterin. Die drei haben als Trio schon gewonnen Österreichs sucht den Volksmusikstar und das mit einem Alter von 14, 17 und 19 Jahren. Ich begrüße mit mir herzlich das Miss-Ener-Trio. Herzlich willkommen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Dankeschön! Dankeschön! Ja, wir bei der Swiss-Ener-Trio dürfen Sie jetzt alle recht herzlich begrüßen. Wir haben angefangen mit einer genau passenden Bolka, der hat geheißen Festtag im Dorf und das passt ja super daher und wir machen gleich weiter mit noch einer wundervollen Bolka und der passt zwar nicht ganz genau von der Jahreszeit, aber wir spielen es trotzdem sehr gerne, die schöne Winterszeit. Und das ist es so, dass wir mit der das ist es, dass wir da haben. Wunderschön! Musik 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 Ja, Sie haben es heute schon gehört von Siki Haag. Wir drei, wir sind aus der Steiermark. Genauer gesagt, sind wir aus Langenwang, das ist so ein Ort dort. Und da hat es früher schon eine bekannte Musikgruppe gegeben, nämlich die Bredula-Burmen. Die waren von uns da auch aus der Gegend, und von denen kommt jetzt die Volka auf der Hasenjagd. Musik Das war's. 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 Das war's.